Was wäre, wenn das klassische Wasserrad wieder an Bedeutung gewinne? Was wäre, wenn das Wasserrad in kleiner Form an jedem Haus stehen würde und einen Stromgenerator antriebe? Was wäre, wenn das Wasser für den Antrieb nicht aus dem Fluss käme, sondern aus einem Wassertank? Was wäre, wenn das Wasserrad nicht aus dem Fluss käme, sondern aus einem Wassertank? Was wäre, wenn das Wasserrad nicht aus dem Fluss käme, sondern aus einem Wassertank? Was wäre, wenn das Wasserrad nicht aus dem Fluss käme? Untertitelung des ZDF, 2020